Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu, zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.